Ich bin Marlon Reumeyer, Gründer und Geschäftsführer der Elektros GmbH und Jonathan Beil war 2023 mein bestes Investment. Vor der Zusammenarbeit mit Jonathan ging es mir nicht so gut. Ich hatte wirklich starke Probleme, damit konzentriert zu bleiben. Mein Kohlenhydratstoffwechsel war gestört, das heißt ich wurde nach dem Essen meist extrem müde. Und auch generell hatte ich nicht wirklich die Energie über den Tag lange durchzuhalten. Und das ist natürlich ziemlich schwierig, wenn man viele Ziele hat, die man erreichen möchte, viel hart arbeiten möchte. Und da halt einfach diese gewisse Leistung, die man da von sich erwartet, auch an den Tag zu bringen, was dann einfach stark in Frustrationen endet. Wenn man sich Ziele vornimmt, die angehen will, aber man es einfach körperlich nicht schafft und sich das dann auch teilweise vielleicht sogar gar nicht eingestehen will. Und vor der Zusammenarbeit muss ich sagen, dass das wirklich herausfordernd war, weil, wie gerade schon beschrieben, es einfach nicht mit dem übereinstimmt hat, was man sich vorgestellt hat. Ich bin dann auf Jonathan zugegangen und der hat sich das Ganze mal angeschaut. Ich habe vorher schon etliche Sachen probiert, tausend Supplements, verschiedene Gesundheitscoaches, Gurus und Jonathan haben ja wirklich die erste Person, die mir mit da wirklich helfen konnte. Und sich das ganze Thema auch mal in der Tiefe angeschaut hat, um es auch mal wirklich zu verstehen, wie mein Körper funktioniert und wo bei mir dann die Baustellen und Herausforderungen einfach waren, um das Ganze dann anzugehen und umzusetzen. Konkret haben wir umgesetzt, dass wir bei mir natürlich erstmal den ganzen Müll rausgebracht haben, der sich so in meinem Körper angehäuft hat und das Ganze dann natürlich positiv wieder aufgebaut haben, was dann dazu führte, dass wir natürlich auch den Strom hochgefahren haben. Das heißt, ich hatte wieder mehr Energie und das muss ich jetzt wirklich sagen, auch mittlerweile seit knapp einem Jahr, nachdem wir die ganze Maßnahme umgesetzt haben, muss ich echt sagen, dass lange Konzentrationsphasen kein Problem mehr sind. Ich habe auch abends noch die Energie noch weiter zu arbeiten und das Ganze umzusetzen. Und ein wirklich schöner Nebeneffekt war, dass seit zehn Jahren, das erste Jahr ist, dass ich keine Allergietabletten brauche, jetzt gerade ist wieder die Pollenzeit, die Frühgliederzeit und ich hatte früher starke Probleme damit, wirklich dann draußen zu sein. Ich habe mich eingeschlossen, meine Klamotten schon nach der Haustür direkt ausgezogen, in die Wäsche gepackt, um einfach diesen Leiden nicht mehr erfahren zu müssen, weil Leute, die es vielleicht kennen, starke Pollenallergie ist einfach ultra nervig, die juckt alles, du kannst kaum atmen, die Nase ist die ganze Zeit zu hoch, kannst nur durch den Mund atmen und ja, Schlaf wird dann auch schwer, bis zum nächsten Tag nur noch mehr geredet und das ist halt nicht geil. Und dieses Jahr war wirklich das erste Jahr ohne Allergietabletten, also auch da nochmal vielen, vielen Dank, dass das Ganze so gut geklappt hat. Und ich bin da unglaublich dankbar für auch generell alles, dieses neue Gefühl einfach zu haben, so viel Energie an den Tag zu bringen, das sagt nicht der Wahnsinn. Und die Zusammenarbeit war auch sehr einfach, muss ich sagen, es hat jetzt nicht jeden Tag zwei, drei Stunden gedauert, das Ganze umzusetzen oder hat super viel Zeit in Anspruch genommen, sondern es war wirklich easy. Jonathan hat sich das auf einer täglichen Basis angeschaut, da war nicht viel zu tun, außer dann die Maßnahmen umzusetzen, wie generell natürlich eine gute Ernährung etc., aber es müssen wir ja sowieso, also da ein bisschen was umzustellen war, jetzt nicht der große Schmerz an der Stelle, ein bisschen Tagebuch führen und das Ganze natürlich auch festzuhalten. Jonathan sieht, hey, wie sieht der Lifestyle aus, um dann an diesen ganzen Themen auch wirklich gut arbeiten zu können. Und das war wirklich, wirklich stark, dass es auch so gut funktioniert hat und das Ergebnis war halt wirklich einfach unschlagend. Deshalb kann ich Jonathan wirklich an jeden Empfehlen da draußen, der irgendwo gesundheitliche Probleme oder Herausforderungen hat, machen am meisten tatsächlich an Selbststimmigen oder Unternehmer, die einfach mehr aus ihrem Alltag rausholen wollen, die noch mehr an ihren Zielen arbeiten wollen, die einfach noch mehr Energie am Tag haben wollen, abends nicht wieder auf der Couch zusammensagen wollen, das haben wir mal nach einem schweren Tag. Das ist jetzt natürlich auch nicht das Allheilmittel, aber dass man auch einfach den Tag über leistungsfähig bleibt und da weiter Gas geben kann. Deswegen, Jonathan war für mich auf jeden Fall mein größtes oder bestes Investment im Jahr 2023, weil als wir das Ganze mal durchgeschaut haben, am Anfang dieses Jahres, 2024, habe ich für mich festgestellt, dass die Zeit, die ich dadurch wieder reinholen konnte, dadurch, dass ich mehr Energie habe, einfach sich um vielfaches wieder rentiert hat. Deswegen vielen, vielen Dank, Jonathan und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.